Machen wir einen ganz kurzen Ausstieg noch nach München ins Nationaltheater, der, wo ist er denn? Meine Tosca ist verschwunden. Na, da hinten ist er, der Simon Müller, kommt zu mir, der hat gestern Abend, gell? Gestern Abend habe ich ihn im Nationaltheater in München in die Tosca zu machen. Applaus 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 Danke dir, das muss auch neben der Bühne, ich dachte aus dem Keller raussingen und gegen das ganze Orchester, ganz toll gemacht, danke dir.